Ja, hallo liebe Golfer, mein Name ist Frank Drollinger, ich bin Golf-Methoden-Entwickler der Core Balance Free Release Drollinger Methode und wir haben erstmals gefühlt nach 500 Jahren eine neue Biomechanik entwickelt, die vor allem die Kerneigenschaft, sie wurde mehrfach wissenschaftlich auch im Deutschen Ärzte Verlag, im OUP und im PubMed von Fachärzten der Orthopädie als gesund bewertet und diese Fachpapier haben wir nochmals von Fachärzten der Orthopädie über Video bestätigen lassen. Also so ein Fachpapier wird erstellt von einem absoluten Wissenschaftler, da gibt es dann Leute, die zuarbeiten und dann, also im PubMed Mediziner und dann ist es so, dass es bei einem Magazin eingereicht wird, aber nicht bei einem jetzt Boulevardblatt, sondern bei einem Fachmagazin wie OUP und dort gibt es Schriftleiter, also in unserem Fall war es Prof. Dr. Werner Siebert und nochmal sein Professor, was weiß ich, wie der heißt, ich muss mir nicht alles merken, aber auf jeden Fall, die sind Schriftleiter und die haben ein Gremium, ungefähr so von 10, 15 Experten, die alle miteinander diese Fachpapier prüfen und wenn die gut sind, dann werden die veröffentlicht. Also von der Seite aus ganz interessant und das ist die höchste Qualität, die man in der Biomechanik erlangen kann. Zudem haben wir noch 5D Neurokognition entwickelt, also das heißt präzise Bewegungssteuerung und das gibt es halt im alten System nicht, da das alte System folgt halt Imbalance, Scherkräften, Hohlkreuz, Überdehnen, der Schulter links, Schulter rechts, die wir jetzt raushaben, Beckenschieben gegen die Wirbelsäule, Valgus Varus, das heißt Knie, Knie, Vertikaler Knie, Knie, Knick links, vertikaler Knie, Knick rechts mit entsprechend brutalsten Scherkräften, 400% vom eigenen Körpergewicht, dann Überstrecken vom linken Knie, Suppinationen im Sprunggelenk und Halswirbelbelastungen, Bandscheibenbelastungen, weil halt die durch diesen blöden X-Faktor abgedreht werden und manche in Amerika schreiben da drüber Bücher. X-Faktor, also X-Faktor ist vollkommen gesundheitsschädlich. Was machen wir? Wir synchronisieren Rotationsachsen, dazu brauchen wir Korbalans, dazu brauchen wir ein 3D Bewegungsnavigationssystem und dann wird 5D Neurokognition, also Bewegungssteuerung möglich. Ganz, ganz spannend. Und gestern, und ich treffe immer schlaue Leute, war, habe ich einen getroffen vom Hans, der Sohn, und die machen Managementmethoden, schulen die, also das Managementmethoden fängt ja an bei Kaisen, Lean Management und was weiß ich und dann geht es in Six Sigma und dann gibt es Six Sigma Black Belt Coaches und wir in der Biomechanik sind auf dem niedrigsten Level, nämlich Kaisen, die Suche nach ständigen Verbesserungen. Und das gibt es im Golf nicht, das haben die auch erkannt und dann gehen die her im Golf und sagen, wenn du sagst, ich bin gut, dann sag ich, du bist gut oder sie gehen her und sagen, hey, lasst uns doch zusammenschließen, sechs Verbände und niemand äußert sich von euch fünf zur Biomechanik, nur wir und das nennt man, glaube ich, Kartell. Aber spielt auch keine Rolle, weil das ist nicht kriegsentscheidend. Die können Strukturen machen, wie sie wollen. Letztendlich ist auch nicht die sozial, also in den sozialen Medien die Performance ausschlaggebend, das ist vollkommen, weil es nicht von unten nach oben geht. Das ist also ganz, ganz selten, sondern es zählen nur Fakten, wissenschaftliche Fakten und das ist so was von spannend. Es ist wieder ein nochmal spannender Indikator hinzugekommen und Kinder darf man halt nicht verletzen. Und aktuell ist es absolut bestätigt, dass die alte Schärmethode, wir sagen dazu Schär, also durch Schärkräfte, weil eines der Hauptkriterien biomechanisch oder von der Sportwissenschaft aus betrachtet, sind sogenannte Schärkräfte. Ja, also Kinder darf man nicht verletzen, das sind also Straftaten. Wenn jetzt also jemand zum Beispiel in Karlsruhe Kinderunterricht gibt, dann ist nach der Schärmethode ein Straftäter und das kann man relativ gut bewerten. Jetzt bin ich kein Prozesshansel, ich glaube, ich habe nur einmal jemanden verklagen müssen. Ansonsten, der war Masseur und der hat mich wirklich geärgert, aber ansonsten haben wir bis jetzt noch niemanden verklagt und das ist auch nicht meine Absicht. Also das planen wir zumindest nicht, wir planen es nicht, dass wir Verbände oder Golflehrer oder Sponsoren verklagen, sondern wir haben eine andere Strategie und wenn die nicht aufgeht, dann sehen wir weiter. Aber ich denke, die geht auf. Ja, und jetzt heute mal zum Thema Patten, also sechs Minuten, bis ich zum Patten komme. Das ist halt ein bedeutendes Intro, damit man auch weiß, dass wir anders sind als andere. Ja, Patten, also Patten hat eigentlich nichts mit Schwungbiomechanik zu tun, sondern ist ein eigener Bereich. Also wir unterscheiden voller Schwung, Patten, Chippen und Bunkerschläge. Und Patten ist aber von, also ich habe noch nie gerne gepattet, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil auch das Training nach 20 Bällen hat mir Rückenmuskulatur wehgetan und ich habe es nicht gemocht. Und dann habe ich gesagt, das kann aber nicht sein, also schauen wir uns das mal genau an. Und dann haben wir eigenes Pattsystem, also das Core Balance Free Release Pattsystem. Und jetzt sind wir ja anders wie alle und haben auch andere Gesichtspunkte. Der Hauptgesichtspunkt bei uns beim Patten ist, Approach to the Flag, also den Ball so nah wie möglich an die Fahne zu platzieren. Und da sind wir wieder bei der Biermechanik. Das geht nur mit 5D-Neurokognition wiederholbar. Also das sehen wir ja immer im Fernsehen, diese Zufallsanährungen. Aber wiederholbar, geplant, gesteuert geht es nur mit 5D-Neurokognition. Also das ist mal das Allerwichtigste. Also die goldene Regel heißt, je näher mein Ball an der Fahne liegt, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball ins Loch geht beim Patten. Deswegen ist Approach to the Flag so extrem wichtig. Also deswegen sind wir auch der Überzeugung, dass sich alles auf einen vollen Schwung und zwar ungefähr so 100 Meter Formgrün abspielt, weil ein voller Schwung mit dem 9er Eisen hat ein Roll oder darf ein Roll bei uns haben von 0,5 Meter. Also das ist einer, oder mit dem Pitch, Entschuldigung, von 0,5 Meter ist also einer der präzisesten Lofts, die wir im Schläger haben. Und so richten wir eigentlich, also ich sage immer, das Patten beginnt an der T-Box, weil wir alles ausrichten darauf, dass wir einen vollen Schwung mit dem Pitch aufs Grün machen können. Mit dem 9 auch, aber 9 hat halt einen längeren Roll und zwar bedeutend länger. Also Pitch ist idealer, aber mit 9 geht es auch. Das heißt also, Patten beginnt bei uns an der T-Box. Wir denken vollkommen anders. Wir sind anders. Das ist gut. Und jetzt kommen wir zum, wenn ich also das Ziel erreicht habe, also letztens hat einer gesagt, man soll 10 Meter Puts trainieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein 10 Meter Puts gestopft wird, liegt bei 6%. Also wir brauchen, also natürlich, wir trainieren 10 Meter Puts, aber letztendlich geht es nicht um die 10 Meter Puts, sondern in erster Linie muss ich Approach to the Flag trainieren. Und dann kommen wir zum eigentlichen Patten und das meiste, die meisten, ich schaue mir ja fast alles an, was bei mir aufpoppt, egal wo. Und die haben alle ganz komische Griffe. Bernhard Langer hat einen anderen Griff und hat einen eigenen Pattrainer, ist mir gesagt worden, ich weiß es nicht. Und alle unterschiedliche Griffe. Letztendlich ist bei uns, der Griff muss so sein, dass er keinen Jips erlaubt. Also, dass er nicht in sich wackelt. Also das haben wir hinbekommen, das lernt man dann bei uns, das verrate ich jetzt hier nicht, aber ein spezieller Griff. Das ist ganz wichtig. Dann brauchen wir eine andere Griffstärke. Also ich habe auf unterschiedliche Padder auch mal einen da aus Birgenfeld gekauft. Und der Griff ist mir zu dünn, da kann man einen dickeren, muss man da hin machen. Und von der Seite aus ist der Griff wichtig. Also dann brauche ich ein bisschen einen stärkeren Griff. Also muss ein bisschen dicker sein, sodass ich das auch richtig umgreifen kann. Dann sind alle Schäfte, gehen eigentlich mit der Ausrichtung in die Mitte vom Paddkopf. Die machen dann unten eine kleine Kurve, aber die Verlängerung, wenn ich das dann so ranhebe, dann geht es auf die Mitte vom Paddkopf. Und die letzten, glaube ich, die Padder verkauft hatten, wo der Schaft in die Mitte ging, was ich sehr mag, war, glaube ich, Calloway, also Odyssee. Und die haben das jetzt eingestellt, weil sie es nicht verkaufen konnten. Ich würde, das finde ich sensationell. Und dann ist natürlich wichtig, und das ist kein Witz, dass der Griff im rechten Winkel ausgerichtet ist. Also wir hatten jetzt tatsächlich jemand, da wurde der Griff falsch ausgerichtet. Ja, also da wurde schlampig der Griff aufgezogen. Dann ist eigentlich für mich persönlich wichtig, der Paddkopf muss ein bisschen schwerer sein. Also der muss ein bisschen nach unten ziehen. Im Großen und Ganzen, ich war mal bei Ping in Scottsdale, glaube ich, oder auf jeden Fall, Scottsdale. Und da habe ich gesehen, wie der Paddkopf mit dem Gummihammer ausjustiert wird. Seitdem, also er muss schon präzise aufmontiert sein. Das ist wichtig. Das sind aber alle mittlerweile auf ähnlichem Niveau. Und ich mag die von TaylorMade, ich mag die von Odyssee, ja, oder auch die hier von unserem Gäu. Ja, die kann man auch nehmen. Ist halt viel Voodoo dabei, aber ist egal. So, und jetzt kommt es zur Paddtechnik. Also, dann kommt darauf an, als erstes muss ich das Grün lesen. Und das muss ich ein Ziel haben. Also bei unserer Paddtechnik ist das Ziel, dass wir nicht auf ein Paddstrategie gehen, sondern immer auf zwei Paddstrategie. Und dann ist es wichtig, dass ich das Tempo bestimmen kann. Also das Tempo geht nicht über Gefühl, sondern da brauche ich auch wiederum Koordinaten, die wichtig sind. Das lernt man dann auch bei uns. Und dann kann ich das Tempo auf die Distanz vom Ball zum Loch variieren und steuern. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das Grün lesen, okay, das muss ich auch. Wie weit fällt im Prinzip das Grün ab? Das muss ich berechnen oder analysieren und muss entsprechend mein Ziel korrigieren. Und dann geht es natürlich um den Rückschwung und um den Paddor nach vorne zu bewegen. Und das beste Beispiel, hier ist der Ball, Millimeter links der Mitte platziert, weil sonst komme ich ja verkantet an den Ball. Also der muss diesbezüglich in der Mitte, also links der Mitte platziert sein, ein Millimeter. Und dann kann ich gut treffen. Also das heißt Rückschwung, Durchschwung. Und da ist mein Ziel, dass ich so im Umkreis vom Loch von 60 Zentimeter den Ball platziere. Also eine Zwei-Pad-Strategie. Auf der Tour spielen sie 1,5 Padds pro Loch und dann muss der Amateur nicht besser sein. Also da sind die schon ausgepufft. Aber meiner Ansicht nach sind ungefähr 80 Prozent verbesserungswürdig fähig. Und das ist ein interessanter Bereich. Also mit einer Padd-Strategie, was nichts mit Kraft, nichts mit Ausdauer zu tun hat, kann ich meinen Score deutlich verbessern. Also Tempo ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich das Tempo wie mit einem Gaspedal regulieren kann. Und das ist natürlich spannend. Und vor jedem Turnier muss ich mich einpadden, nicht nochmals um zu üben, sondern damit ich das Gefühl für die Grashöhe bekomme. Alle Übungsgrün sind ungefähr so geschnitten wie die Grüns auf dem Platz. Ja, also es gibt eine eigene Padd-Systematik bei Core Balance Free Release. Seitdem macht mir das Padden wieder Spaß. Und ich padde vielleicht maximal 20 Bälle, eher 15. Ja, das genügt vollkommen. Also viel wichtiger ist, dass man sich da drauf ein bisschen mental vorbereitet, das visualisiert und nicht einfach drauflos paddet. Also spannend und mir macht das Padden Spaß. Und wiederum, seit wir das entwickelt haben, und das ist High-End Approach to the Flag ist der Schlüssel für gutes Padden. Ja, und wenn ich jetzt halt auch sehe, 10 Meter Pads, 6 Prozent, dass die reingehen, 5 Meter, glaube ich, 30 Prozent und 0,6 Meter, 90 Prozent. Also deshalb fahren wir eine Zwei-Pads-Strategie und der zweite Ball sollte gestopft werden. Und viel, 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 viel wichtiger, oder das Wichtigste ist, Abstand vom Ball zur Fahne. Und das kriege ich halt nur mit dem Pitch oder mit dem Neuner-Eisen hin, wenn ich Logi spiele. Und alles andere ist Zufall. In dem Sinne, heute mal zum Packen. Mein Name ist Frank Drollinger. Wir haben die Core Balance Free Release Drollinger Methode entwickelt und unterrichten in der Golfbiermechanik Akademie. Alles Gute, schöner Tag, geht auf den Golfplatz und trainiert, übt, spielt sinnvoll und nicht so, also nicht so nach Zeitverschwendung. Zeitverschwendung ist für mich schrecklich. Also es muss alles einen Sinn machen und vor allem ist es halt, Golf ist die pure Biomechanik. Das Wort Golf ist pure Biomechanik.